Jetzt habe ich wirklich mal auf dem hässlichen Parkplatz übernachtet, aber dafür herzlichen Parkplatz. Und zwar habe ich auf dem Edeka-Parkplatz übernachtet. Nachdem ich den Ort von nach Aachen angekommen bin und es immer noch weiter bergauf ging, nach dieser Maastricht-Bergtutur mit den ganzen Monsterbergen, ging es hier dann auch die ganze Zeit noch steil hoch und da hinten um die Ecke geht es dann gleich richtig übel steil hoch. Und ich hatte nur noch 10% Akku, mein Knie ist schon wieder dick. Dann habe ich immer gesagt, ich kann nicht mehr. Dann haben die da gerade Feierabend gemacht, dann habe ich den Chef gefragt, ob ich hier eine Nacht stehen durfte. Dann gemein, kein Problem. Dann hat er mir noch einen kalten Multi-Vitamin-Saft-Wasser gegeben. Und dann kam er noch an mit einem Becher Eis plus Löffel, voll lieb. Also, herzlicher geht es nicht mehr. Da kann man wirklich sagen, herzlich willkommen Edeka. Ja, also macht alle Ehre. Und war eigentlich ganz okay. Jetzt war nachts irgendwie Fluktuation auf dem Parkplatz. Ich weiß nicht, ob hier Liebestreffen oder was weiß ich auch immer stattfinden. Ja, da war ein und das andere Auto. Also, eine ruhige Nacht war anders. Aber es ist okay. Ich habe mich ausgeruht. Ich habe jetzt gewartet, bis der Akku voll ist. Und jetzt versuche ich mal, den Berg da hoch zu kommen. Ich mache aber jetzt aus, weil ich brauche euch nicht vorschnaufen. Hallo? Ja. Ich brauche euch nicht vorschnaufen. Das ist doch nicht ihr Ernst, oder? Ja.